Die neue Serie der Vectroms ist ein wichtiger Meilenstein im Güterverkehr für uns. Wir sind die zweitgrößte Güterbahn Europas, haben schon sehr hart auf diese Lokomotive gewartet, damit wir die Verkehre Richtung Italien ausweiten können. Es ist spezifisch für die Anforderungen des Güterverkehrs entwickelt worden und die ÖBB haben diese Lok speziell für den Güterverkehr auch im Einsatz. Deswegen ist es als Produkt gegenüber den Personenverkehrszügen und Lokomotiven mit anderen Geschwindigkeiten, mit hoher Anzugskraft versehen und daher speziell für den Güterverkehr geeignet. Es ist eine neue Generation von Lokomotiven. Alle paar Jahre sozusagen erneuern auch die Anbieter, die ihre Lokomotivplattformen. Diese Lokomotive zeichnen sie vor allem dadurch aus, dass sie in Italien zugelassen ist, in Deutschland, in Ungarn, in Rumänien. Damit können wir sehr, sehr viele Länder, in denen wir unterwegs sind, selbstständig bedienen. Ja, eine ganz wichtige Bedeutung hat die ÖBB für Siemens, weil sie ist in Österreich mit Abstand der größte Auftraggeber für Schienenfahrzeuge und wir liefern neben den neuen Schnellbahnen eben jetzt die Lokomotiven und viele andere Züge ebenfalls. Untertitelung des ZDF für funk, 2017